Ladies and Gentlemen, ich habe Bombenneuigkeiten für alle, die das Post Malone 3 Strikes Event absolut gefeiert haben. Alle, die es sehnsüchtig gesuchtet haben, vermissen es jetzt schon. Es ist noch keine 24 Stunden her und da hat sich, also 24 Stunden her, seitdem der Modus wieder aus der Rotation geflogen ist, schon hat sich Respawn auf Twitter oder auf X zu Wort gemeldet und kommt mit mega geilen News, dass dieser Modus so schnell wiederkommt, was wir alle nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise nicht mitgerechnet haben und wir können davon ausgehen, nach diesen fetten Neuigkeiten wird dieser Modus mit Sicherheit permanent kommen. Vorher möchte ich nochmal alle darauf hinweisen, die es im letzten Video nicht mitbekommen haben, die schon immer, das muss ich einfach nochmal loswerden, einen M-Controller haben wollten, gerade sind Black Week 70 Euro Rabatt mit Code Casper 10. Hier gibt es nur ein paar Beispiele, PS4, PS5, PS5 und so weiter und so fort, wer da Bock drauf hat mit Pedals, Smart Triggern, 1mm Tastenweg und so weiter und so fort, lohnt sich jetzt zuzugreifen. Es ist deutlich günstiger geworden, Lieferzeiten haben sich deutlich verkürzt und wir kommen zum Punkt, das 3-Strike Modus kommt morgen schon wieder. Wir haben Stand jetzt den 22.11. um 22.33 Uhr und vor wenigen Stunden hat sich Respawn zu Wort gemeldet. Ich zeige euch gerne auch noch den Post. Sie haben gehört, dass dieser Modus extrem beliebt ist und er wird zurückkommen und das schon ein Tag später, beziehungsweise zwei Tage später, nachdem er entfernt wird. Morgen zum Donnerstag, dem 23.11. um 19 Uhr sollte der Modus wieder spielbar sein. Denn Respawn endet einfach mal etwas, was wir alle so lieben, sofort, so schnell und das macht Bock auf mehr. Und ich bin felsenfester Überzeugung, wenn sie jetzt diesen Modus so schnell wieder reinbringen, weil er so beliebt war, dann muss da mehr passieren. In Zukunft wird unsere Meinung vielleicht deutlich schneller gehört, deutlich schneller irgendwas umgesetzt. Jetzt müssen wir mal abwarten, aber ich bin überzeugt, dass dieser Modus permanent kommt. In der Mixtape Playliste kann ja eigentlich nur so sein, aber ich wünsche mir so sehr, wenn das wirklich der Fall ist, dann haben wir ja schon vier verschiedene Spielmodi in der Mixtape Playliste. Dann hoffe ich, dass Respawn so schlau ist, wie es in COD schon immer so war, dass wir selber in der Hand haben, welchen Modus wir spielen und uns eine nervige Rotation nicht vorgibt, welchen Modus wir gerade spielen müssen. Und deswegen spiele ich Mixtape so gut wie gar nicht, weil es bestimmte Modi gibt, die ich einfach nicht geil finde. Und wenn ich jedes Mal Stunden matten muss, ist der richtige Modus aktiv ist. Und wenn wir dann schon vier drin haben statt drei, könnte das nervig werden, darauf ständig zu warten. Deswegen hoffe ich, dass da eine positive Änderung in die Mixtape Playliste reinkommt, dass wir das selber steuern können, wie, wo, was, wann. Und der Solo-Modus muss auch unbedingt kommen. Das ist einfach mein Wunsch, das musste ich jetzt hier einfach mit dazwischen schieben. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, diese Informationen gefallen euch genauso gut wie mir. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Ciao. Ciao.